Der beste Weg, Menschen zusammenzubringen, ist ihnen einen richtig guten Feind zu liefern. Du bist grün. Das stimmt. Irgendwas ergreift Besitz von mir. Und dann passieren schlimme Dinge. Wenn du erst lernst, deine Gefühle zu beherrschen, gibt es keine Grenzen mehr. Bringt sie zu mir. Hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Der Zauberer sollte Angst vor mir haben. Nein! 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 Nein!